Die Welt der Blumen ist eine so vielfältige, wie sie farbenprächtig ist. Man könnte also meinen, dass es unmöglich ist, sie unter einem Dach zu vereinen. Wer das annimmt, kennt mit Sicherheit noch nicht die Blumenwerkstatt Schleswig. Das kleine, sympathische Geschäft ist das Reich von Martina Schönherr, die jeden Tag aufs Neue begeistert ihren Laden betritt. Für sie gibt es nichts Schöneres, als sich um Floristikangelegenheiten aller Art kümmern zu dürfen. Und das spürt man sofort. Kunden aus ganz Schleswig und weit darüber hinaus kaufen hier gerne ein und staunen immer wieder, was die Meisterin mit und aus Blumen zu kreieren vermag. Doch auch Tiziano-Produkte sowie diverse Deko- und Geschenkartikel stehen im Angebot. Ein besonderes Anliegen ist Martina Schönherr, der Nachwuchs. Daher engagiert sie sich schon seit über 15 Jahren in der IHK, wo sie Auszubildenden die Gesellenprüfung abnimmt. Blumenwerkstatt Schleswig – einfach wunderbar, wenn es um Floristik geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017